Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft hier auf meinem Kanal. Ja, wir sind gerade dabei gewesen, das Forsthaus hier noch zu Ende zu bauen. Und das haben wir jetzt abgeschlossen. Das heißt, wir werden jetzt einmal zur Quarry gehen und gucken, was die so sagt. Erde ist schon wieder voll. Okay. Ja, dann gehen wir einmal zur Quarry. Dann haben wir das Forsthaus nämlich auch fertig. Sehr gut. Aber der Gelegenheit können wir gleich mal ein bisschen Kies mitnehmen. Dann können wir nämlich den Weg noch vervollständigen. So. Genau, wir haben unsere Felder jetzt erweitert. Wir haben die Honigproduktion. Da müssen wir übrigens auch gleich nochmal vorbeigucken, da hinten. Ob da alles noch läuft oder ob da schon Bienen tot sind. Dann können wir die nämlich gleich nachschieben. So. Einmal hier den Weg vervollständigen. Genau, das ist nämlich unser Forsthaus hier. Das Bett können wir wieder mitnehmen. Hier kommen dann nämlich noch alle anderen Holzsorten hin. Hier stehen die Kisten. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil das kann jetzt nicht auf den Holzdingern stehen. Da würden die sich ja verbinden. Die sind ein bisschen ungünstig, aber lässt sich leider nicht so richtig ändern. Ich bin ja immer noch im Überlegen, ob das irgendwie geht, aber ich glaube, es geht einfach nicht. So. Alles klar. Blöcke liegen hier jetzt noch nicht. Doch, Blöcke liegen jetzt daneben. Kein Problem. Doch, ist ein Problem. Wir haben nicht kein Holz mit. Wir werfen wir kurz ein paar Buchsteine raus. Warum? Hier ist doch noch Platz drin. Warum hat er die denn rausgeworfen? Hä? So, warte mal. Vielleicht sollten wir das abbauen hier. So, genau. Okay. Diamanten nehmen wir gleich mit. Redstone, Kohle und Lapis Lazuli auch. So, drei Diamanten hat er gefunden. Gott. Warte mal kurz. Das scheinen jetzt aber keine mehr zu sein. Okay. Gut, dann gehen wir einmal zurück, bringen die Diamanten in Sicherheit. Bauen uns eventuell dann eine Diamanten-Axt. Und dann haben wir nämlich eine Diamanten-Axt. Dann bauen wir uns, wenn wir alles dafür haben, einen Zaubertisch. Oder? Wir wollen damit erstmal warten. Können wir natürlich auch. So, das heißt, wir packen jetzt erstmal die da rein, das, das, das da rein. So, was können wir jetzt mit den Diamanten alles machen? So, Plattenspieler, Zaubertisch. Genau, dafür brauchen wir nämlich erstmal Obsidian, dafür brauchen wir das. Das heißt, wir brauchen fünf Diamanten. Fünf Diamanten. Und wir haben nur sieben. Okay, dann würde uns tatsächlich einer fehlen. Äh, warte mal. Was mache ich denn jetzt hier gerade? So. Da würde uns einer fehlen. Tja. Das ist natürlich doof. Okay. Ja, dann lassen wir es erstmal, oder belassen wir es erstmal bei der, äh, Gravity, die wir jetzt haben. Okay, dann gucken wir einmal beim Honig aus. Wenn da nichts passiert ist, dann würde ich sagen, äh, dass wir eventuell eine, ja, wollen wir jetzt schon Obsidian abbauen, um dann ins Never zu gehen. Eigentlich hätte ich jetzt keine Lust drauf heute. Äh, gucken wir mal kurz, ob hier was passiert ist. Das sind Bienenlarven. Die kann man essen. Oder braten. Okay. Was können wir daraus machen? Bienenwachsblock. Und was können wir daraus machen? Bienenwabe. Toll. So, zwölf Bienenlarven. Das klingt auch wieder sehr lecker. Okay. Gut, dann würde ich sagen, Ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich bauen? Mann, ich hab's gerade vergessen. Mann, ey. Äh. Wollte ich den Wald da weg machen mit euch? Ach, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich das vergessen hab. Mann. Äh, wir backen jetzt erstmal hier die Bienenlarven. So. Dann packen wir das Glas da rein. Und packen das, das und das da rein. So. Und die jetzt einfach mal da rein. Ich hab's hier grad gedroppt. Okay. Ähm. Mann, Mann, Mann. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas wollte ich machen. Ich glaub, das hat was mit den Diamanten zu tun gehabt. Ach genau, ich wollte das mit der Pumpe machen. Genau. Äh, Pumpe. 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 Eisenzahnrad. Also wir brauchen, äh, acht Eisen. Acht Eisen und einen Eimer. Acht Eisen und einen Eimer. Haben wir nicht irgendwo noch einen Eimer? Hallo? Hilfe. Irgendwo hatten wir hier noch einen Eimer. Ich weiß es. Ich weiß es zu 100%. Dass wir hier irgendwo... Ah, hier. So, Eimer. Ein Zahnrad, Redstone und Tank. Tank haben wir doch auch noch. Den Tank haben wir doch hier oben. Genau. Ähm. Und Zahnrad, da haben wir auch noch Steinzahnräder. Genau. Mensch, wir haben ja fast alles da. Wir müssen nur noch das craften. Und jetzt das. Nee. Ah, ich hab die Energieleitung eingepackt und nicht den Tank. Tank. So, und was fehlt noch? Ein Redstone. Das ist kein Problem. Ah, komm. So. So. Okay. Haben wir noch einen Redstone-Motor übrig? Ja, haben wir. Da können wir das erst mal damit ausprobieren. Und jetzt brauchen wir noch ein Flüssigkeitsrohr. Flüssigkeitsrohr. Extraktionsrohr. Da brauchen wir also auch ein Holz. Ah, da brauchen wir Dichtung für. Ah, da brauchen wir Schleimball-Kaktus-Grün. Kaktus-Grün bekommen wir nur aus Kakteen. Oh nein. Die können wir auch erst mal vergessen, glaube ich. Also nach einem Kaktus sieht das hier aber gar nicht aus. Mal, wir nehmen mal Prestigium mit. Vielleicht haben wir Glück und wir können uns einen Kaktus kaufen in dem Markt. Das wäre natürlich sehr attraktiv. So. Hier ist schon da alles reif. Da können wir gleich nochmal ernten. Aber es sieht ganz schön aus. Da meine ich nochmal ein Screenshot von. Mal. Mal. So. Sehr schön. Einmal hier runter. Äh. Und zum Markt. So. Wie schaut's aus mit einem Kaktus? Hier sind ja eigentlich so ziemlich alle. Äh. Früchte, Pflanzen. Was auch immer. Da stehen die Chancen, glaube ich, ganz gut, dass hier auch ein Kaktus ist. Das sieht gar nicht gut aus. Ne. Hier ist kein Kaktus. Ah, das ist, äh, doof. Wo kriegen wir jetzt den Kaktus her, ist die Frage. Wo kriegen wir jetzt Kaktusgrün her, für eine Dichtung? Das ist jetzt hier die große Joker-Frage. Nur doof, dass wir keinen Joker haben. Äh. Ja, ich glaube, wir müssten eine Wüste suchen dafür, ne? Da können wir auch gleich zwölf Trilliarden Sand mitnehmen. Ah, das ist doof, 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 doof. So, wir ernten hier einmal alles ab. Wir fangen aber hinten an. Das ist richtig doof mit dem Kaktus jetzt. Das gefällt mir gar nicht. Ich hätte nämlich gerne schon so einen Flüssigkeitsrohr, um zu wissen, ob wir dann automatisch Salz produzieren lassen können. Das andere ist wahrscheinlich wieder sowas, was man finden kann. Das nützt uns ja auch nichts. So, wir brauchen noch drei Samen. So. Äh, einmal so. Wir brauchen nur eins, zwei, drei, vier. Tja, wo kriegen wir jetzt den Kaktus her? Also von hier auf jeden Fall nicht. Wie könnten wir diesen... Da ist ja noch das andere Zeug da, das... Ich weiß nicht, was das ist. Korken sind auch voll. Ähm. Vielleicht können wir das damit versuchen. Achso, Knoblauch können wir noch mehr machen. Nein, das ist gar... Warte mal, das ist gar kein Knoblauch, oder? Hier sind Pilze, genau. Das ist ja fünf, vielleicht reicht das. Ne, einen noch. So. Äh, ja, entweder wir suchen eine Wüste, oder... Wir gucken wegen dem anderen Ding. So. Jetzt haben wir fertig. Dann nehmen wir einmal die Karotten mit. Ah, ich hab echt gedacht, das gibt's vielleicht im Markt. Das ist echt doof. So. Ja, wegen diesen Samen, da geh ich jetzt nicht mehr extra zurück. So. Mensch, wir brauchen ja fast den ganzen Tag, um das hier abzuernten jetzt. Mittlerweile schon. So. Dass man es aber auch keiner Pflanze so rauskriegt, ne? Das ist doof. Das ist echt richtig, richtig doof. Das wäre zu schön gewesen, wenn das einfach gewesen wäre, ne? So. Einmal zu machen. Einmal die Kartoffeln hier reinstecken. Einmal die... Ne, das war falsch. Da kommen Karotten rein. Einmal die Kartoffeln hier reinstecken. Einmal die Karotten hier reinstecken. Oh ja, da haben wir jetzt ordentlich. Sehr gut. Einmal rote Beete hier rein. Einmal Weizen. Machen wir einfach noch ein bisschen mehr Mehl. Weizen da rein. Tja. Dass man die Dichtung auch nicht irgendwie mit hellgrün oder so hinkriegen kann, ne? Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So. Das arbeiten wir einmal alles zusammen hier. Den aus den Samen kann man auch noch irgend so ein... Irgendwas machen. Ich weiß gerade nicht was. Können wir mal kurz gucken hier. Speiseöl, genau. So. Hier auch noch. Hier nicht, genau. So. Die möchte ich nämlich gerne... ...zu Fäden haben. Ach genau, da braucht man 3 für. Geht das auch hier? Ja. Okay. So. Hier kommt das rein. Das sind ja die normalen Sachen. Champion und Dinger kommen da rein. Okay. Oh, das ist so richtig doof, dass das nicht funktioniert. So. Äh. Was habe ich hier gerade noch gesehen? Genau. Redstone. Fäden. Äh. Wir brauchen für alles die Dichtung. Oder halt einen Schleimball. Schleimball. Können wir aus dem Schleimbock oder roher Qualle. Okay. Wir töten jetzt mal so einen Tintenfisch. Wenn wir Glück haben, ist das rohe Qualle. Wenn wir Pech haben, ist das einfach toter Tintenfisch. Dafür gehen wir aber da hinten hin. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, wir spielen zusammen hier Minecraft. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan. Willkommen. Bis zum nächsten Mal.